grüß euch freut mich dass du wieder eingeschalten hast und zwar ist ein kurzes infovideo ich wollte mal an diesen dass es am 31 einen live stream geben wird der wird auf twitch und auf youtube ausgestrahlt werden damit ihr bescheid wisst schon mal vorab einen halloween live stream was wieder zocken werden weiß ich nicht genau ich denke man das ist das bei denen auf jeden fall dabei sein wird vielleicht wenn ich hinkriege bis dahin red dead redemption und viele andere sachen was ihr halt euch gerne wünscht wir können auch so einfach ein bisschen quatschen wie ihr wollt und zweit und so fort ich möchte einfach nur dass ihr bescheid wisst denn der live stream fängt zwischen 18 und 19 an wann genau werdet ihr noch genau erfahren und das werdet dann auf instagram und auf meinem twitter kanal sowie auf meiner facebook seite noch mal ganz genau bekannt geben wann jetzt wirklich genau dieser live stream anfangen wird wenn ihr vorschläge habt für games oder sowas schreibt mir einfach dass hier unten in die kommentare rein ich würde mich freuen und ja wenn ihr sonstige vorschläge habt ich bin offen dafür und ich hoffe dass wir uns weiterhin auf meinem kanal weiter sehen ja dass ich mich wiederholt ist egal ich bin auch nur ein mensch und möchte gerne meine weiteren spiele verläuft mit euch teilen und wir sehen uns dann im nächsten video im nächsten live stream wie auch immer und wünsche euch noch einen schönen abend bis dahin tschüss und In ein paar Jahren wird alles das, was wir mal waren und alles das, was wir mal sahen. In ein paar Jahren, in ein paar Jahren, unsere Geschichte sein, doch das ist erst in ein paar Jahren, in ein paar Jahren. In ein paar Jahren, in ein paar Jahren, in ein paar Jahren. Wir müssen nicht verändern, wer wir war. Wir lassen unsere besten Tage strahlen. In ein paar Jahren, in ein paar Jahren, wird alles das, was wir mal waren und alles das, was wir mal sahen. In ein paar Jahren, in ein paar Jahren, unsere Geschichte sein, doch das ist erst in ein paar Jahren, in ein paar Jahren. Denn wir leben jetzt, und wir leben jetzt, dieser Augenblick kommt nie mehr zurück. Denn wir leben jetzt, und wir lieben jetzt, alles ist perfekt. In ein paar Jahren, in ein paar Jahren, wird alles das, was wir mal waren, unsere Geschichte sein, doch das ist erst in ein paar Jahren, in ein paar Jahren.